Die beste Klasse in Deutschland Wir bewerben uns für die beste Klasse Deutschlands, weil wir tierfreundlich sind und Lumpi, unser Klassenruf, unser König ist. Wir bewerben uns für die beste Klasse Deutschlands, weil wir höchstereid sind. Ah, komm, wer ist hier? Ah! Wir bewerben uns für die beste Klasse Deutschlands, weil wir uns nie streiten. Wir sind so eine super tolle Klasse, das ist doch so richtig. Oh, was gehst du so? Oh, danke, ich wollte mich eh gerade hinsetzen. Oh, keine Ursache, ich bin so nett. Wir sind die beste Klasse Deutschlands, weil wir hier freundlich und zuvorkommen sind. Sie kommen! Sie kommen! Sie kommen! Ich kann sie gleich! Sie sind hier vorallt! 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 Ich bin hier vorallt! Guten Abend und herzlich willkommen zu Gabi TV. Jetzt mal Spaß beiseite, wir sind wirklich die beste Klasse Deutschlands, weil wir super intelligent und super sportlich sind. Nicht so ein bisschen Blut ist drin, das ist drin, vom Herzenländen. Wofür zeigst du mal was nach? Zum magnetischen Zufall. Spannendes Wort für Hund. Kettles. 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 Wer ist gebächtes Spaß? Wann kommt das Heidekost und das erste Mal gegen die Sassen? 700 Cent im Tisch. Kettles. 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 Spaß und Spaß, Amigo. Untertitelung des ZDF, 2020